Jastin war ein hoher Finanzbeamter im spätantiken Zersanidenreich. Jastin, der aus Kirkuk stammte, stieg am Hof des Großkönigs Chosrau II, zu dessen höchsten Finanzbeamten auf und war zuständig für die Grundsteuer. Es war maßgeblich sein Verdienst, dass die Einnahmen Chosraus II in einem Maße wie nie zuvor flossen. Jastin gewann denn auch großen Einfluss am Hofe. Da er ein überzeugter Christ und Mitglied der assyrischen Kirche des Ostens war, setzte er alles daran. Die Position seiner Glaubensgenossen zu verbessern begann Chosrau mit der Invasion des römischen Orients. Als nach dem Fall Jerusalems 614 Dekasikunden angebliche Heilige Kreuz nach Seleukia Katesaifon überführt wurde, ließ Jastin dies feiern. Er wurde der Konstantin und Theodosius der Kirche des Ostens genannt. Jastin ließ auch zahlreiche Kirchen errichten und genoss zunächst das vollste Vertrauen Chosraus. Dabei hatte er am Hof durchaus Konkurrenten. Besonders die Lieblingsfrau Chosraus Schirin und der königliche Hofarzt Gabriel von Schiga, die beide meaphysitische Christen waren, versuchten, den Einfluss der Nestorianer zugunsten ihrer Kirche zurückzudrängen, was zeitweise auch gelang. Nach dem Tod des Katholikos Gregor 608-09 wurde vom Großkönig kein neues Oberhaupt für die assyrische Kirche ernannt. Jastin wurde schließlich hingerichtet und sein umfangreiches Vermögen konfisziert. Offenbar war der Großkönig über die Rückschläge im Krieg gegen Ostrom derart verärgert, dass er gegen die Christen in seinem Reich vorging, die er verdächtigte, mit den Römern gemeinsame Sache zu machen. Kaiser Herakleios, der Anfang Dezember 627 in der Schlacht bei Ningive die Perser entscheidend geschlagen hatte, feierte dann das Weihnachtsfest in der Kirche von Kirkuk und erhielt Unterstützung von der Familie Jastins. Einer von Jastins Söhnen war auch am Umsturz Chosraus II und der Thronbesteigung von dessen Sohn Sirö beteiligt. Sirö belichte der assyrischen Kirche schließlich die Wahl eines neuen Katholikos zu. Nach Sirös Tod im September 628 versank Persien jedoch im Chaos und war ein leichtes Ziel für die ab 636 angreifenden muslimischen Araber.